Musik Hi, ich bin die Magdalena und wenn ihr wissen wollt, was ich gerne in meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büro-Management bei Hamasumache, dann kommt einfach mit. Um die Idee für ein neues Produkt umsetzen zu können, suchen wir mögliche Lieferanten und checken die Muster ab. Wir achten immer auf aktuelle Trends und stimmen uns regelmäßig mit unseren Kollegen ab. Falls mehrere Lieferanten in Frage kommen, wählen wir das beste Angebot aus und tätigen die erste Bestellung. Hi, Annalena, schau mal, das Paket ist da. Fang! Hammer, das ging ja schnell. Im Anschluss prüfen wir gleich den Wareneingang. Vielen Dank für Ihre Bestellung, Herr Müller. Tschüss! Weist auf du Amazing Side. Musik Musik